Hippity Rap Ah, 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 ah Ehrlichkeit Äh, 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 äh Ehrlichkeit Break it down, wenn du ehrlich sein willst, dann pass gut auf Denn Wahrheit kann wehtun, setz nicht immer drauf Check zuerst ab, es ist wichtig zu erkennen Wann Wahrheit und wann Lüge zieht, hör eh nicht verpennen Haltet die Lügen im überschaubaren Rahmen Sonst fließen viele Tränen, bei Herren und bei Damen Bevor du also sprichst, erinnere dich daran Man muss im Einzelfall abwägen, abhängig davon mit wem man spricht Und in welchem Kontext die Unterhaltung stattfindet Noch Fragen? Nein? Sehr gut, auf Wiedersehen